Ich frage mich wirklich, wie ich das eiskalt durchziehen konnte. Also nicht nur diese 80 Kilo Übergewicht, sondern auch dieses schlechte Essverhalten. Ich meine, ungesundes Essverhalten bzw. ungesunde Ernährung bedeutet nicht gleich, dass man dick wird. Das allerdings kombiniert mit zu viel Essen, zu wenig Bewegung hat natürlich in diese extreme Richtung geführt. Und da frage ich mich, warum macht man das eigentlich mit sich? Denn der Spruch, du bist, was du isst, der ist eigentlich so passend. Natürlich geht es mir mies, wenn ich irgendwelche Chips futtere oder irgendwas Frittiertes. Auch nach einer ganzen Milka geht es einem einfach nicht gut. Ich bin mittlerweile wirklich an einen Punkt angekommen, an dem ich mich über einen knackigen Salat freue und mageres Fleisch. Was aber nicht bedeutet, dass ich irgendwas mir verbiete, sondern ich kombiniere es einfach viel, viel besser als früher.